Mein Name ist Gina Gehricke. Ich komme aus Berlin und habe mich für diese Ausbildung entschieden. Ich bin eigentlich sehr unvoreingenommen an die Sache gegangen und kann es jetzt kaum fassen, was hier passiert im Laufe der Woche. Ich bin überaus glücklich. Es ist, glaube ich, die allerbeste Ausbildung, die ich jemals in meinem Leben gemacht habe. Ich bin total euphorisch und kann es gar nicht in Worte fassen. Ich freue mich, damit zu arbeiten und anderen Menschen helfen zu können und habe unheimlich viele Ideen. Danke.